Rheine, willkommen! Die Sisters hat nach einer erfolgreichen Bewerbung eine Einladung zu einem Auftritt bei der Langen Nacht der Musik im Rahmen der Tage der Orchester- und Chormusik in Rheine bekommen. Und so machten wir uns auf den Weg. Aus Ostwestfalen, aus dem schönen Sauerland, aus dem Rheinland, aus Mühlheim und Essen und natürlich aus Dortmund. Wir gehen nicht mehr weg, wir gehen nicht mehr weg. Wir kommen um zu Rheinen, wie ein perfekter Fleck, wie ein perfekter Fleck. Hallo, 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 hallo! Zu unserer Einladung gehörte auch eine Übernachtung in THT-Hoteles. Unsere Auftrittszeit war zwar erst spätabends, wie wir voller Stolz und Vorfreude auch auf dem Plakat entdeckten. Aber vor Beginn der Konzerte hatten wir Gelegenheit, den Ort des Geschehens zu erkunden. Ursprünglich sollten wir im Forum eines Gymnasiums auftreten. Durch den kurzfristigen Ausfall eines anderen Veranstaltungsorts musste umgeplant werden. Der neue Spielort war der Moriensaal des Falkenhofs. Auf dem Weg dorthin sollen es einige etwas eilig gehabt haben und ließen extra Fotos anfertigen. Abendessen, umziehen, tief durchatmen und dann ging es los. Musik 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 Musik